Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play 4 auf jetzt ein Koop-Saison mit dem Maxi. Hallo. Und ja, wir haben auf euch gehört und nehmen Schalke jetzt beim zweiten Spiel und gucken, ob wir mit Schalke da was reißen können. Na, mal schauen. Ich glaube nicht. Mal gucken. Und jetzt suchen wir erstmal Gegner. Hoffentlich fehlen wir überhaupt ein. Komm schon. Mach jetzt. Verdammt, die Dumme. Na los, doch. Gestern haben wir so schön schnell eingefroren. Ah, okay. Coole Sache. Oh Gott. Meier, hast du den Ring gelassen? Oh, in Meier hab ich eigentlich draußen. Oh, cool, weil ich kann mit dem Tor schießen und hab richtig weit drübergezogen, weil ich angedreht hab. Ach, mit Draxler können wir mal einen Longshotter versuchen, ne? Ja, kann man machen. Da steht übrigens immer 3 von 3, weil der Kapitän da irgendwie nur abstimmen muss, hab ich das Gefühl. Werden wir gegen den Spielwerber Ciao. Werden wir gegen den Spielwerber eigentlich? Ja, die wurden gestern auf die Branche macht. Das ist für nichts Gut. Hier, hier, hier. Hier, 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 hier. Hier sind die Lared und Meider. So, Lamont, rückwürfe, ohhhhh. Boah, okay, Maxi, vielleicht können wir da überrasen. Hey, den wollt ich doch nehmen. Mal schauen, was schon mal kein Schichter Anfang. Das ist ja nur hier, deroisierend ist, dass wir da ein bisschen weitergehen. wieder der Felspilzer für sich so ein Rapport haben aber vor Ort der Mann auf die Füße und die Stärkung von der Abwärmung und dort oder für das kein Scheiß machen darf er hat aber als vier Jahre das kann man so ein Winkel ist es schon ein bisschen schneller muss wenn ein kurz sechs spielen hoffentlich und jetzt ist der Kopfhörter so schön da Moor ja und los im Laufe das ist ein Verständnis von von Lachs nach vorne der Jünger ist ein kleiner verknüpft die Spieler einfach da ist er keine Altschweiger es ist egal Ich hab ihn. Hier, in die Mitte. Doch. Nein. Ach, mit Höger kannst du auch mal draufziehen. Der trifft ziemlich gut. Ach so, ähm, hast du Höger drin? Ja. Okay. Oh, man steht ja gar nicht dran. Hatte ich den gerade? Boah. Okay, aber wir haben schon, wir spielen schon mal besser als gestern. Äh, vorgestern hab ich das Gefühl. Ah, ich denke, ja, wundert mich. Ja, okay, er rennt erst mal jetzt auf. Stefan Kiesling. Der von Kiesling war ja auch damals dran. Oh Gott, sorry. Nein. Nein, da soll sie eigentlich gar nicht. Na, neustet. Pff, nö, ne, weißt du, weg. Wir müssen nur noch laufen. Ja, so, sie, 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 sie. Mach. Nein, der ist zu lang BMW. Wir müssen noch was drücken. Hilbert. Hilbert? Du- Hallo. Aber ich erinnere Spruch. Ausd Chanel. Entscheidung, korrekt. Ähm, okay, wohin damit, mau zieh. Da. Ich verfange. Okay, das fand ich optimal. ich schick dich Flank an was war das denn ach wir haben das hätten wir dann mal auf ausgeglichen Spiel hier hier super Annahme vom wer war das vom Höger hier auf Bord hängen es ist ein Glück und dann kann man ja zuerst an die Latte gekürzt jetzt vom Pfosten das Spiel am besten dann wenn der Gegner gar nicht da ist so so eine Fußballregel Heraklis Ohne das war nicht von schlecht Maxi da kommt der Brot schick einfach schicken ich wollte nicht schicken okay warte das sieht man gut möglich ist zwischen sich Stürmer an Nein so geht man in der Zweite und Läufer für das Neuland haben so ist der Kling Papadopoulos Neuer es gibt er ist ein bisschen Pace-Hur und er ist ja aber der kriegt Geld wer macht der Top-Rack den habe ich auch ein Ultimate Team gehabt naja hat er sich verdient er hat mich in der Abwehr umgekriegt ich will dir auf den Aogo ja du spielst die auf den Aogo an nicht stehengelieben bin ich da ich will nach vorne dass wir ins Leere gegrätscht okay okay lass ich nicht rennen ich renne nicht, da rennt er auf dem Acht schalte die Städte und sich in der Pfanne Schmerz verschicken wird über nichts wissen dass ich sie den Ball vor ich glaube in die Mitte der macht jetzt ein Schieger sie ist in einem Tag vertreten ja er hat es ist ein Mann dann hat er den Blöden Leben und er hat ja den es gut ist jetzt habe ich hatte da haben schon kann man auch wo so was hat er jetzt schon mal geht und dann noch mit seinem okay das ist klar es ist ein Kompetenz ich will er von einem Mann nach vorne und macht einfach Ja, das hat gut funktioniert. Okay, das ist eine Kompetenz. Das ist ein Maul. Ja, das hat er sein Kiesling da vorne nicht, aber da hat er sein Sam. Ich will raus. Okay, das ist nicht Sam. Boah, das war... 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 Das war geil. Oh, 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 oh. Ja, ja. Oh, oh, oh. im Moment der Zwischenzeit spielte ich einfach nur weg ja da steht da keiner was er berührt der Kreuz am Rutschwitz ja ich weiß nicht dass die Gegenteil gesehen der Gegner hat den Ball das ist Ralf-Fermann besser kein starker äh kein schlechter Schuss also mit Pott haben wir uns definitiv schlechter geschehen ich weiß auch nicht wieso ja 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 nein was und klar okay aufs Herz alles gut oh der Fahrer knapp ich glaub nach vorne ist ein Hund oder ich seh ihn gerade ich weiß nicht wahrscheinlich gerade weg aber egal naja solange es unentschieden steht kann man von mir aus zufrieden sein ja dann machen wir eben unseren ersten Punkten ich tippe auf unentschieden ich tippe auf unentschieden ja ja ich hör dem Reporter nicht mehr zu ich hab ja ich hab ihn jetzt nur gerade gehört weil ich auf nichts anderes geachtet habe außer auf dieses Pause ich hab letztens beim Ultimate Team habe ich hier in der Aufnahme einen 3 zu 0 Rückstand aufgeholt in der 85. das 3 zu 1 dann ging es los ja Momentum lässt grüßen ja da hat er sich ganz schön verarscht das ist ja schicken hat nein 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 also ich merkte der eine davon kann mehr und der andere ist eine richtige Wurst so wie hier also ja also ich kann hier viel nach nicht schicken okay jetzt kann es mich schicken offensivdruck erhöhen das scheint Freistoß ja cool sollen wir auch mal offensivdruck erhöhen ich weiß gar nicht wie wir spielen wir spielen defensiv auf Konter glaube ich also für den war diese Flanke hab ich hab ich ja oh Gott höre das ja ich wollte dich gerade schicken ich bin 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 ja sehr schön einfach weg da keine Ecke gut oh das war schön gespielt das war sehr schön nein weg da sie ich bin ich bin ja still schick der Veränderung zumal ja mach ich jetzt schädig jetzt sieben Maxi ich lauf hier mit Drachsler will ich jawohl Kola so wohl ein Rolachiko nein ich will dich umarmen Bruch aus der Wieselort aber es hat schon ein Führung zu geben also den Bekonten ist geführt wer macht das so an er hat jetzt gestern er ist vorbereitet ein Wettbewerb oder war knapp immer das hat letzte Saison mal so ist von Augsburg zum Tor gemacht das hat auf den Torwart zugelaufen sein schießt auf vorne ja ich versuch's er hat mich mit dem Schild zu wirklich zu tun okay was für das jetzt nach es ist besser es gibt ein paar Wörter der Ausdruck der Trainer der Hausherrn sein wie kommt der Portink auf einmal hin das ist so klar Kiesel ist einfach kopfvoll stark Leute das ist so wichtig hat er sich und das ist ein richtiger und so ist ja ich will nicht mehr bis zu sehen das war überzeugt das ist kein Ding also so stand zu leben jetzt jetzt auch Maxi was war das Sack, Junge! Oh, was, Alter! Damit er nicht viel Leben gerettet, Alter! Ich hab' gesagt, wenn das durchfällt! Junge, wie geil! Wie geil ist das denn? Alter, ey, dem... Häck, Alter! Häck! Woah! Was war das denn? Alter! Boah, das feier ich richtig! Liegt jetzt in Führung! Alter, Falter, ey, sonst hab' ich ja noch nie geschossen! Klar, hab' ich mal Longshotter von der Mittellinie reingemacht! Maxi, wer hat das Tor vorbereitet nach dem Anschluss? Ja, wer hat das Tor gemacht? Boah, das feier ich richtig! Also, hätt' ich, hätt' ich so'n, ähm... So, weißt' ich, so'n, äh... Hätt' ich ne'n Intro, würd' ich das so davor machen! Oh, schade! Da stand der ganz frei! Ich glaub', ich erschemme extra für die Folge ein Intro! Ja, stimmt, das hast du eigentlich bei deinem Letztplatz noch kein Intro! Weiß ich nicht, weiß ich nicht! Weiß ich nicht, weiß ich nicht! Weiß ich nicht! Boah, aber das Tor, das feier ich richtig! Da guck' ich mir die ganze Folge an, ey! Boah, Junge! Das ist ein Tor! Oh, keins kassieren, keins kassieren! Scheiß Song! Der haut in den Mund mit ihm immer so viele rein! Ja, oh! Ja, okay, alles gut! Schöner Obo! Und komm' ich da noch dran! Da versucht er hinterher auch gar nicht mehr zu springen! Ja, hier können wir ja auch gar nicht mehr zu springen! Weiter weiß er sowieso keine Chance und das... Ja, jetzt renn' noch mal da! Was, 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 was! Schade! Pfff! Da grästet die sich nochmal gegenseitig tun! So muss das! Neustädter! Spiel doch! Er macht seinen Job richtig gut und entschärblich! Diesen Angriff des Gegners! Oh, hast du! Da hat sich der Obo aber ganz schön verschätzt! Schön! Schieß weg hier! Mach! Oh, Leute! Nein, 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 nein! Nein! Lenk! Besiegt denn! Ruhe, Ruhe ins Spiel! Er runter, verfahren! Wenn du jetzt kommt sie nicht. Nach, Mist... Verknackt. Oh, 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 oh! Nicht auf den Kießling! Nein! Das ist so... Oh, lol, das kann nicht so sein! Oh, lol, das kann nicht so sein! das ist der Kopfball-Duell gewinnt die Kanzlerin Kopfbälle ja da ist das Gebäude macht da oben ja der ist einfach weg ja egal wir haben wir haben so ein Premium-Toll gemacht so jetzt machen noch eins und sieben so lange sie die Scheiß nicht vergeigen er wieder ich noch mal versuchen er ist das war richtig geil aber das war nur Lack leider wenn solche Schüsse öfter mal reingehen dann es entwickelt sich eine Möglichkeit genutzt das haben wir die Bälle nur richtig durchdrucks also dann noch mal in der Tumor einer was richtig doch das gibt es echt nicht das habe ich zu spät gesehen hat dass sie gerade vorgelegt das hat er prima gemacht und sie nicht gelupft ich habe es trotzdem noch mal auch auf uns nicht dann werden wir sehen wie ich jetzt auch die Erkennung der Kanzler Scheiß Kapitän auf Neuschwetter und das ist danke jetzt schießt nein das gibt es nicht und ich mache da oben die ganze Zeit täglich weil ich mich in deine Figur reinversetzen will ich mache ich ja auch und wieder auch aufgrund der Scheiße Nein und das ist auch hinten viel Scheiße der Kopf Maxi Barschner da ruhig in den Wert unentschieden nach und und was ist denn ja ich wollte sich grad schicken ja auch wieder haben will denn und sich wenigstens das Intro die Arkes könnte laut werden nachgab weil ich habe die gescriptete 90 Minuten 90. Minus jetzt sagt die jahre 2 2 2 1 sind sie in der Abwanderung haben Traumgolossi erhobe als ich möchte ich mich bei der Mannschaft